Kein Haus zu alt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das Haus aus dem Jahr 1878 gehört Ernst Messerli und seiner Frau. Aufs Dach soll eine Solaranlage. Der sechsfache Grossvater denkt dabei nicht nur an sich. Wenn man bedenkt, dass eine Photovoltaik-Anlage eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren hat, kann man sagen, dass es mindestens für die nächste Generation ist. Aber nicht nur damit, dass das für unsere Enkele auch neu ist. Eine solche Investition will gut geplant sein. Anbieter gibt es viele. Wer macht das beste Angebot? Im Auftrag von Kassensturz bestellt Ernst Messerli mehrere Offerten. Alle Firmen haben die gleichen Startbedingungen. Ich habe ihnen ein Dossier geschickt, mit den Angaben des Dachs, mit den Pföttern. Eigentlich die wichtigste Angaben des Hauses. Nebst den Architekturplänen sind das Alter und Zustand des Daches, der jährliche Stromverbrauch, die Art der Heizung. Für eine Offerte fragen wir an verschiedene Solaranbieter, Energieversorger und Vermittlungsplattformen für lokale Installateure. Und hier werden die Offerten später analysiert, im Photovoltaik-Labor der Berner Fachhochschule in Burgdorf. Christoph Bucher und sein Kollege Matthias Burry erforschen die Effizienz von Solarmodulen. Der Bau einer Solaranlage geht ins Geld. Ist sie aber mal im Betrieb, steht man finanziell bald auf der Sonnenseite. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, der Privat zahlt heute 20, 25 Rappen für diesen Strom. Wenn ein Solarstrom sauber produziert, dann ist die Gestehungskosten im Bereich von 15 Rappen. Also jeder Strom, den man vom eigenen Dach sauber braucht, verdient man eigentlich Geld daran. Das Dach von Ernst Messerli ist für die Offertenersteller keine komplizierte Aufgabe. Die Solarbranche kämpft aktuell mit ganz anderen Herausforderungen. Die Schwierigkeit bei den Solarunternehmen im Moment ist halt ein unheimlicher Boom. Und das Thema wird immer wichtiger. Es wird immer attraktiver, PV-Anlagen zu bauen, und die werden schlichtweg überrennt von Anfragen. Tatsächlich folgt Absage auf Absage. Agrola wollte Ernst Messerli keine Offerte erstellen. Begründung, sein Dach sei zu klein. Der Freiburger Energieversorger Grubö schrieb, er solle sich in ein paar Monaten wieder melden. Die Plattform Haushalt, welche Installateure vermittelt, bedauert. Es ist uns aktuell leider nicht immer möglich, passende Photovoltaik-Firmen zu vermitteln, welche noch Kapazitäten für neue Aufträge haben. Wir erhalten Offerten von diesen Firmen. Von BKW, Unergy und Ikea Helion. Die Gesamtpreise vor Abzug der Fördergelder bewegen sich zwischen 23'500 und knapp 26'500 Fr. Allerdings, die Anlagen sind unterschiedlich gross und die offerierten Module unterschiedlich leistungsstark. Damit ein Vergleich überhaupt möglich ist, stützen sich die Experten auf diese Kennzahl. Preis pro Kilowatt-Peak. Das ist der Produktionspreis für eine definierte Menge Strom unter Normbedingungen. Die Handwerker-Online-Plattform Bildigo gab die Anfrage an Unergy weiter. Die offerierte Anlage produziert Strom für 2'731 Fr. pro Kilowatt-Peak. Bei der BKW kostet die gleiche Leistung 2'514 Fr. Am günstigsten ist die Kooperations- offerte von Ikea Helion. Das Preisniveau ist in meinen Augen nicht schlecht. Klar, die Preise sind in den letzten paar Jahren gestiegen. Aber es ist jetzt keiner dabei, der massiv überhöhte Preise verlangt. Sondern es ist immer noch im gewohnten Rahmen. Wichtig, es sind alles Richtofferten. Bevor der Auftrag vergeben wird, braucht es zwingend eine Bereinigung. Das Kaufen einer PV-Anlage ist in der Regel ein mehrstufiger Prozess. Auch wenn man am Anfang genaue Angaben gemacht hat, bekommt man vielleicht etwas vage Angebote zurück. Aber man bekommt ein Gespür über, wo liegt der Preis ungefähr, und bin ich bereit, die Investitionen zu tätigen. Und als nächster Schritt muss er die Unternehmungen kontaktieren und einen Vor-Ort-Termin abmachen, um die Angebote genau zu besprechen. Und dann haben wir aufgrund der offenen Fragen, die er hat, das Angebot bereinigen. Auf Ernst Messerli wartet also noch etwas Arbeit, bis er mit Sonnenenergie eigenen Strom produziert. Die Aussichten sind auf jeden Fall vielversprechend. und in den Berger von Schatzliwie hat es zu秤ung. food, das ist eine Wissen synthet voi Winther.